Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg mal... Einen wunderschönen guten Tag. Danke, äh, Irene. Äh, zu Baurus, der soll hier drin sein. Lüferbrows Pension. Äh, Baurus, ist das nicht ein bisschen unbequem, so tief unten zu sitzen? Aber egal, was soll ich sagen? Sagt kein Wort, tut, was ich euch sage. Okay, äh... Hört zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Äh, ihr sagt mal, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Gut, denkt daran, wartet ab, bis er mir folgt. Ich möchte sehen, was er tun wird. Okay. Der da hinten, oder? So, okay, ähm... Wird schon interessant. Wir sind schwach, nicht so wie die Götter, die ihr... Der feindliche Agent, der Baurus angegriffen hat, ist tot. Ich sollte herausfinden, was Baurus über unseren Feind der Entfahrung gebracht hat. Durchsucht ihn. Ich halte Ausschau für den Fall, dass seine Freunde in der Nähe sind. Okay, geht schon spannend, äh, weiter. Äh, mythische Morgenröte. Ich habe ein merkwürdiges Buch über den Kult der mythischen Morgenröte gefunden. Ich sollte es Baurus zeigen. So, sein Gold nehme ich auch auf jeden Fall mit. Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt. Äh, was habt ihr herausgefunden? Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem daedrischen Kult, der sich mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Daedra-Fürsten Merunes Dargon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Äh, das Amulett ist übrigens im Besitz des Feindes. Was? Sie haben es Joffrey weggenommen? Die Dinge stehen schlechter, als ich dachte. Äh, und ich habe Uriah zu Erben gefunden. Talos sei Dank, er lebt. Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. Äh, okay. Was ist unser nächster Schritt? An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für daedrische Kulte sein. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Äh, Tamina? Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Soll alles über daedrische Kulte wissen. Okay, äh. Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas über dieses Buch erzählen. Das könnte genau die Chance sein, die wir brauchen. Ich bin gerade noch... Egal. Was braucht ihr, Freund? Äh. Super, wie die hier einen alle anquatschen. Ah, ich liebe Elder Scrolls. Wie alle einfach einen anquatschen. Hallo. Okay, auf zur geheimen Universität. Es ist... Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Das ist wirklich eine Ehre. Immerhin sagt er Held von Quatsch, nicht Heldin von Frau. Ich bin keine Heldin. Ich... Die Beute nähert sich. Es ist... Manchmal ein bisschen gruselig, wenn die zu einem hier so kommen. So, geheimen Univers... Geheimen Universität. Äh. Wo muss ich hin? Da lang? Muss ich in den Palast? Was macht da hinten? Das wird ein Spaß, das alles hier nachzumodellieren. Freue mich schon drauf. Da muss ich hin. Okay. Doch, wenn die Drachenfeuer verlöschen. Ah. Ich kann nie zu Ende diesen Mann. Manchmal hasse ich es, dass mein PC zu gut ist für sowas. Viele Magier schwören auf Zauberstäbe von Rindy. Akubatik hat es verbessert. Perfekt. So. Wenn ihr einen Angriff blockiert, wird euer... So. Die wollen mir jetzt aber nicht sagen, das komplette Ding hier. Die geheime Universität. Keine Stadt, geheime Universität. Das komplette Ding hier. Wenn man es so sehen kann, dann ist es doch nicht geheim. Okay, schon mal die Lisa-Flamm. Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Kampf-Magier. Hallo, guter Magier. Willkommen zur geheimen Universität. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Äh. Ne, alles gut. Geht weiter. Geh mal ganz entspannt. Muss ich hier rein? Seid gegrüßt. Ich grüße euch. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ah, vier Tamina. Es heißt, in Morowind sei diskriminiert. Ah, ihr müsst der sein, über den ich die Nachricht erhielt. Wie kann ich euch helfen? Äh. Mythische Morgenröte. Wisst ihr was dazu? Ihr kennt sie? Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller Dädrischen Krüte. Es ist nicht viel über sie bekannt. Sie folgen den Lehren von Mankar Kamoran, den sie ihren Meister nennen. Selber eine schattenhafte Gestalt. Äh. Ich habe eines ihrer Bücher gefunden. Erläuterungen zum Mysterium Xarxes. Herrlich. Ihr habt also ein wissenschaftliches Interesse an den Dädrischen Krüten? Äh. Sagen wir mal ja. Nach ihnen suchen. Wie? Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken. Offizielle Angelegenheiten und so. Ich arbeite schon lange mit den Klingen zusammen. Keine Sorge. Sagt nichts mehr. Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden. Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamoran gelesen. Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte. Aus dem Text wird klar, dass es vier Bände der Erläuterungen von Mankar Kamoran gibt. Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen. Ich glaube, dass der Text versteckte Hinweise über den Ort enthält, an dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet. Wer diesen verborgenen Weg findet, erweist sich als würdig, in die Reihen des Kults der mythischen Morgenröte aufgenommen zu werden. Die Suche nach dem Schrein ist die erste Prüfung. Wenn ihr ihn finden wollt, braucht ihr alle vier Bände der Erläuterungen. Äh, wo kann ich diese Bücher finden? Hier. Ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben. Geht bitte vorsichtig damit um. Wie gesagt, den dritten und vierten Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Fragt doch bei der Erstausgabe nach, drüben im Marktviertel. Finzias, der Eigentümer, kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler. Vielleicht hat er eine Idee, wo er diese Bücher herbekommen kann. Äh, Manta Tamuran. Das mutmaßliche Oberhaupt des Kultes der mythischen Morgenröte. Er hat die berüchtigten Erläuterungen zum Mysterium Xarxes verfasst. Die Erläuterungen entstanden zu Lebzeiten von Tiber Septim vor über 400 Jahren. Es ist also recht unwahrscheinlich, dass er noch lebt. Doch man kann nie wissen. Ähm, was könnte ich mir zum Mysterium Xarxes sagen? Die heilige Schrift des Kultes der mythischen Morgenröte. Das Buch soll von Merunes Dagon selbst geschrieben worden sein. Falls es tatsächlich existieren sollte, wäre es ein Artefakt von gewaltiger und böser Macht. Ähm, was wisst ihr noch über die mythischen Morgenröte? Sie verehren den Daedra-Fürsten Merunes Dagon nach den Lehren ihres Anführers Mankarkamoran. Niemand weiß genau, wie weit dieser Kult eigentlich verbreitet ist. Oder wo sich der Schrein für Merunes Dagon befindet. Ähm, okay, danke schön. Das wäre alles. Es war schön, mit euch zu sprechen. Lasst es mich wissen, wie eure Suche nach der mythischen Morgenröte durchlebt. Ich gehe da mal wieder. Ich mag das nicht, wenn zu viele Leute gleichzeitig quatschen. Da höre ich schon auch kaum meine eigene Stimme. So, okay. Band 3 und 4 müssen wir noch finden. Habe ich so verstanden. Also sind es nur vier Bücher. Zwei haben wir, also Band 1 und 2. Jetzt erst mal schauen, äh, wo ich hin muss. So, und wahrscheinlich muss ich auch noch warten. Ich gehe mal von aus. Bin jetzt auch neugierig, wie das dann, äh... Wie das dann mit der Hauptclass jagen, die weitergeht. Hier sollen ja auch um die 200 Quests sein. 220 Quests vielleicht in dem Spiel. Und, äh, Skyrim hat dann wieder 270. Ich gehe mal da rum, glaube ich, war das. Hier muss ich hin. Hörst du zu, Erstausgabe. Kann ich aber noch nicht. Merchants in... Gehen wir mal da rein. Hallo. Seid gegrüßt. Was wollt ihr? Weh los. Äh, ich hätte gern ein Zimmer. Ich habe ein Bett frei für 20 Goldstücke die Nacht. Möchtet ihr es haben? Ja, ich nehme es. Sehr gut. Die Treppe hinauf und dann die erste Türe auf der linken Seite. Schlaf gut. Schönen Tag. Jo, danke. Die erste Türe rechts, hat er gesagt. Oder das hier. Hier mal voraus das hier. Ne, das ist das Falsche. Machen wir wieder zu. Äh. Da ist die Wandert. Okay. Elf Uhr abends. So, das müsste reichen, oder? Das zählt nicht als gestohlen. Besteck schon, aber das Essen nicht. Brief? Ich kann es kaum erwarten, dich heute Abend zu sehen. Den ganzen Tag verbringe ich damit, an unsere nächste Begegnung zu denken. Bald werden wir verheiratet sein. Dann bleiben wir für immer zusammen. Deine wahre Liebe. Galerion der Mystische. Wäre auch Diebstahl. Ich lasse das mal. Hallo. Nilfas Omelian. Den lassen wir mal in Ruhe. Und auf zur Erstausgabe. Kauf da den Hau... Ah. Fintias muss man hier... Fintias muss man hier... Ihr sprecht wohl von den Erläuterungen zum Mysterium Xerxes von Mankar Camoran. Eine häufige Fehlvermutung. Das gesamte Werk besteht aus vier Bänden. Die ersten beiden Bände sind zwar selten, können jedoch von Zeit zu Zeit durchaus noch gefunden werden. Aber es ist völlig ausgeschlossen, durch Zufall über Band 3 und 4 zu stolpern. Äh, ich benötige die Bänder 3 und 4. Ich habe zwar zufällig ein Exemplar von Band 3 im Haus, aber es ist eine Sonderbestellung. Von einem anderen Kunden im Voraus bezahlt. Verzeiht. Gwinas wäre sehr enttäuscht, wenn er hierher käme und das Buch nicht mehr da wäre. Es tut mir leid, aber ich kann nicht helfen. Äh, Erläuterungen zu Band 3. Es tut mir leid, aber ich kann es euch um keinen Preis verkaufen. Ich habe das Buch schon einem anderen Kunden versprochen und mein Wort gilt. Äh, Erläuterungen zu Band 4, bitte. Ich wollte, ich hätte ein Exemplar, aber ich habe noch nie eins gesehen. Äh, und wer ist Gwinas? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war ganz begierig darauf, Band 3 der Erläuterungen von Camoran zu bekommen. Kommt extra aus Valenwald hierher. Aus Valenwald. Nun ja, er wollte das Buch abholen und jetzt ist er spät dran. Ihr könnt hier warten, wenn ihr selbst mit ihm sprechen möchtet. Äh, dein Vater morgen, Goethe? Schönen Tag. Okay, warte mal. Äh, Fintias sagt mir, dass Gwinas auf dem Weg sei, sein Exemplar von Band 3 abzuholen. Sollte auf Gwinas ankommt, warten und ihn fragen, was er weiß. Äh. Okay, wie lange soll ich warten oder kann ich entgegenkommen? Gruß euch. Der sieht schon danach aus. Es tut mir leid, aber ich bin schon spät dran für einen Termin. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich wollte schon sagen, wir werden jetzt in die falsche Richtung gehen. Ich komme wegen meines Buches. Die Erläuterungen von Mankar Camoran, Band 3. Aber natürlich, bitteschön. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bald wieder beehrt. Danke. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich schon nach diesem Buch suche. Wie ist das Wertebefinden? Was wollt ihr? Äh, Erläuterungen von Band 3. Seid ihr mir etwa gefolgt? Lasst mich in Ruhe. Das ist mein Buch. Äh, ich will jetzt mal noch hier stehen. Gebt mir einfach das Buch und ich gehe. Äh, erzählt mir vom Kult erst mal. Die mythische Morgenröte? Seid ihr... Ich meine, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nichts über einen Kult. Äh, stellt euch in den Tumkopf. Nun gut. Ich sehe, dass ihr mit den Erläuterungen von Mankar Camoran vertraut seid. Ich weiß, dass daedrische Kulte gesellschaftlich nicht gerade anerkannt sind. Aber das sind nur dumme Vorurteile und Aberglaube. Für den unternehmenslustigen, aufgeschlossenen Denker hat die Daedra-Anbetung einiges zu bieten. Äh, sie haben den Kleider getötet, du Throttle. Wieso habe ich jetzt nur das hier? Als Auswahl? Was? Die mythische Morgenröte hat... Ihr müsst mir glauben, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich meine, ich wusste, dass das ein daedrischer Kult ist. Die Ansichten von Mankar Camoran über Merunest Argon sind faszinierend. Sogar revolutionär. Aber den Kaiser ermorden? Möge Mara uns beschützen. Äh, ihr solltet mir dieses Buch besser geben. Ja, aber natürlich. Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, ich hätte mit ihren wahnsinnigen Intrigen zu tun. Hier, Band 3 gehört euch. Was ihr damit tut, ist eure Sache. Äh, ich benötige auch das vierte Buch. Band 4 bekommt ihr nur direkt von einem Mitglied der mythischen Morgenröte. Ich habe ein Treffen mit dem Förderer verabredet, wie er sich selbst nannte. Hier, nehmt diese Notiz von ihnen. Hier steht, wohin ihr gehen müsst. Mit der mythischen Morgenröte will ich nichts mehr zu schaffen haben. Ich glaube, den hätte ich auch alles erzählen können. Wo muss ich hin? Da hinten. Warte mal. Ich habe aber auch noch ein paar andere Sachen zum Verkaufen, glaube ich. Office of Imperial Commerce. Amt für kaiserlichen Handel. Konnten wir hier nicht nur ein Haus kaufen oder so? Hallo. Bitte fahrt fort. Äh. Warum? Ich meine, gewiss. Alles, was ich im Moment vorweisen kann, ist ein armseliger Schuppen im Hafenviertel. Für 2500... äh, 500... Ich glaube, ich kann es mir noch nicht leisten, dass es mir kein 2500 Goldstück gewährt. Finde ich auch. Aber es gibt immer einen Idioten, der es kauft. Ja, komm. Wirklich? Damit seid ihr soeben Hausbesitzer geworden. Hier habt ihr euren Hausschlüssel. Ihr findet es im Hafenviertel. Man kann es nicht gerade großartig nennen. Aber ihr könnt es mit ein paar Möbeln etwas auf Vordermann bringen. Ich würde vorschlagen, ihr sprecht mit Sergius Verus von drei Brüderhandelswaren am Markt. Okay, äh. Kannst du sagen, kaufe ein Haus in der Kaiserstadt? 2.000 Gold entfernt. Mein Kaiserstadthaus hinzufrieden. Lebt wohl. Will ich mir gleich noch ansehen. Ähm. Ich habe gerade in der Kaiserstadt ein Haus gekauft. Ich wollte den aufhalten, weil der so am Rennen war. Ich dachte, der hat was Wichtiges oder so. Und, was ist er? Wer bist du denn? Ah. Ihr seid zwei. Hi. Was hast du denn vor? Will er jetzt Okato da dann besuchen? Egal. Ich will mein Haus sehen. Aber echt die Dialogoption gerade war super so. Die haben den Kaisermordeten Trottel. Solange ihr und eure Nachkommen... Ja, okay. Könnt ihr auch wieder nicht zu Ende lesen? Warte mal. Ist das nicht die Arena? Stimmt. Die Arena wollten wir ja auch nochmal machen. Guten Morgen. Ich glaube, jetzt müssten wir auch soweit sein, um da antreten zu können. Äh. So. Hier haben wir schon mal den Taten. Wie geht's? Jair? Jetzt ist nur die Frage, wo ist mein Haus? Eins davon wahrscheinlich. Gehen wir von aus. Interessanter Rappen. Was? Was mit dem Rappenkurier? Holt euch. Tut mir leid. Nur ein Exemplar des Rappenkuriers pro Kunde. Auf Wiedersehen. Okay, ähm. Jetzt erst mal... Mein... Haus finden. Was ist damit passiert? Da kann man nicht rein. Hier hat... Obermacht... Obermacht... Wunderschön, oder? Was? Die Marie-Elena. Verdammt tolles Schiff mit einer verdammt tollen Mannschaft. Und ich muss es wissen. Ich bin der erste Offizier. Malvulis ist mein Name. Glaubt mir, wir mögen es überhaupt nicht, wenn die Leute in unseren Angelegenheiten herumschnüffeln. Kommt diesem Schiff nicht so nah, sonst machen meine Männer euch fertig. Leid wohl. Diesem Schiff? Ich mach mal nichts, weil ich... Ich hab eine Sorge, dass ich vielleicht irgendwie aus Versehen dann eine Quest oder so mal kaputt machen könnte. Huni Ancus? Amusai? Bitte, fahrt fort. Okay, der hat nichts. Seht doch. Nur noch eine Münze und ich kann mir ein paar Schuhe leisten. Vielen Dank, mein Herr. So, ich hoffe, du gehst jetzt wirklich... Möge Arkay euch segnen. Ich hoffe, du gehst wirklich Schuhe kaufen. Wenn du beim nächsten Mal keine Schuhe an hast, kriegst du kein Geld mehr von mir. Hier muss ich hin. Echt jetzt? Ich krieg schon ein Haus in der Kaiserstadt und landet sowas? Tür geöffnet von Mein-Kaiserstadt-Haus. Da ich nun bei meinem neuen Haus in der Kaiserstadt angekommen bin, sollte ich mir die Sergius-Verus-Laden-Drei-Bücher-Handelswaren einige Bübelstücke dafür kaufen. Das ist ja wirklich armselig hier. Naja, okay, ist immerhin unser erstes Haus. Wer hilft einem alten Wächter? Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Was habt ihr zu berichten? Seid gegrüßt, gute Bürger. Ich hätte dann lieber doch so etwas gehabt oder so. Ihr seid nicht leicht ausfindig zu machen. Was habt ihr herausgefunden? Äh... Wir haben eine Versammlung. Das könnte genau die große Chance sein, die wir brauchen. Gute Arbeit. Wir müssen also dieses vierte Buch finden. Wenn Tamina recht hat, können wir mit diesen Büchern zum verborgenen Schrein der mythischen Morgenröte finden. Auf geht's! Diesen Teil der Abwasserkanäle kenne ich gut. Äh... Sie werden für den Mord am Kaiser büßen. Wo wir jetzt wissen, wer sie sind, ist es nur noch eine Sache der Zeit. Die Abwasserkanäle verlaufen unter der gesamten Kaiserstadt. In jedem Bezirk gibt es Zugänge. Die Klingen nutzen sie dann und wann bei geheimen Vorhaben. Und sie können sich so in der Stadt bewegen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Folgt mir. Ich weiß, wie man zu dem Teil der Abwasserkanäle... Okay, dann machen wir erst einmal... Äh... Der Vater morgenröte. Nähe gelangt, wo wir den Förderer treffen müssen. Dann laufen wir mal Baudus hinterher. Er ist jetzt aber auch nicht mehr als Klinge gekleidet. Und ich dachte, vielleicht schnell speichern wäre jetzt besser. Denn Abwasserkanäle von der Kaiserstadt, den traue ich hier nicht. Es ist... Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Das ist wirklich eine Ehre. Baudus, kannst du auch mal ein bisschen schneller gehen? Ich glaube, das kann die nur noch ein Wochenhandel. Habt Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Wie geht es euch? So, Baudus, wo hast du vor, hinzugehen? Also, klar, die Abwasserkanäle, aber... Was hast du genau vor? Okay, die Gespräche sind aber manchmal schon interessant. Einer, der hier nicht zum Schlösserknacken hier übertreffbar ist. Jede Wette, der hat den Skelettschlüssel. Falls du den in Oblivion auch gibst. Baudus, du könntest wirklich gerne ein bisschen schneller sein. Der Weißkultum vorhin und von... Ja. Okay, wo geht der jetzt genau hin? Hier hin. Bis hin, wo ein Eingang zum Abwasserkanälen? Das da. Pass auf! Pass auf die Flanke auf! Okay, äh... Schlammkrabben? Hier her! Vielleicht einmal eine Fackel oder so ausrüsten. So lange er nicht drauf geht, ist alles gut. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, was er vorhat oder wohin er... Zusammenbleiben! Wo genau befinden wir uns jetzt hier hin? Das ist ein komplett neues Gebiet hier. Hier her! Wie viel Leben hat er jetzt? Ich habe aber auch Angst, hier zu campen, weil ich... Also... Mit solchen Leuten direkt... Der hier gehört mir! Macht euch bereit! Passt hinter mir auf! Okay, Bauros hat schon einiges an Leben verloren. Da sehe ich schon den nächsten. Pass auf! Pass auf! Äh... Bauros? Äh... Bauros, legst du, dass da wohl dein Leben wieder auflädst? Der hier gehört mir! Falsche Bewegung! Nicht heute! Ich sehe nicht! Schnell! Macht euch bereit! Bauros? Gefällt mir gerade gar nicht! Kann ich ihn irgendwie heilen? Habe ich irgendwas dafür? Äh... Leichte Wunden heilen... Ähm... Neurische Frost... Neurische Frost... Kalte Berührung... Neurische Frost... Kalte Berührung... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube ich habe hier nichts, ne? Aber... Ich glaube ich habe hier nichts... Okay, er kam ein bisschen vor. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, er hat wieder volles Leben. Schon mal etwas. Wo genau will er hin? Wahrscheinlich hier entlang. Kann das sein? Kann das sein, dass irgendwas hinter uns her ist? Jetzt ist die Frage, wo will er jetzt lang? In Ordnung. Der Raum mit dem Tisch ist direkt hinter dieser Tür. Ich habe mich schon immer gefragt, wer ihn dorthin gestellt hat. Zufällig weiß ich, dass ihr einen guten Blick auf den Raum, in dem das Treffen stattfinden wird, haben werdet, indem ihr die Treppe dort hinauf steigt. Ach, da oben. Ich denke, ich sollte mich besser um das Treffen kümmern. Ihr seid meine Unterstützung. Haltet dort oben Wache, falls es Schwierigkeiten gibt. Ich treffe den Förderer. In Ordnung. Ich gebe euch Deckung. Nein, ich werde den Förderer treten. Okay, ich gebe euch Deckung. Gut, denkt daran. Ohne dieses Buch dürfen wir hier nicht weg. Das ist unsere beste Chance, das Amulett zu finden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Hör zu. Vielleicht überlebe ich nicht. Aber wenn nicht, dann müsst ihr weitermachen. Ihr müsst das Buch bergen und das Amulett der Könige finden. Ihr lasst mir keine große Wahl. Ich verstehe, wir werden das zusammen irgendwie verkacken. Ich bin froh, euch zur Rückendeckung zu haben. Okay, los geht's. So, ich muss hier hin. So, ich bin froh, euch zur Rückendeckung zu haben. Oh! Wir haben Unterstützung. Fürst Dagon erwartet eure Seele in der Lyzion. Hey! Yo! Die Zeit der Reinigung ist nach. Ähm. Klüsse für versunkene? Gold? ich habe nun den vierten und letzten band von manka kamorans schriften über den geheimnis von xaxus jetzt kann ich die hinweise in diesen büchern zusammenfügen um den geheimen schreien der mythischen morgenrück zu finden vielleicht kann tamena mir helfen so noch ein schlüssel so dessen gold nehme ich auf jeden fall mit der hat nichts wenigstens hat er ein dunkelbier ruhe frieden bauros wo muss ich jetzt sind nach dahinten ist das jetzt aber verkackt oder oder geht das noch hier sind betten hier hier ist die mutige morgenrückte ok zerknittertes papier mit morgenrückte arme band 3 wieder nämlich mit so gold so und dietrich noch ein dietrich hinten fast brauchen wir nicht touch of frenzy tone gewandt der mythischen morgenrückte soll ich das vielleicht mal mitnehmen vorsichtshalber stiefel des taschendeeplers derzeit die seelenstufe keine nehme ich auch mal mit das ist das ist Warte mal Okay, das liegt nix Frank der Bannung Ding der Infravision Nehme ich mal mit Nehme ich auch mal einen mit Dann haben wir hier noch Bier Warte mal Was West angeht Ich habe beschlossen Dass Baurus das Buch von Förderer holt Und ich ihm die Rückendeckung gebe Wir müssen dieses Buch um jeden Preis bekommen Na okay, ab jetzt war es eh Nicht mehr so wichtig, ob er es überlebt, oder? Okay, so Okay. Okay, den ersten sind wir losgeworden. Autsch. Haben die wenige... Die, die haben die. Zwergstreitachs? Nehme ich mal mit? Oder? Ne, ich nehme die Pfeile mit. Oh, doch. Ich nehme das mal mit. Warum hat der eine Zwergstreitachs? So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir noch ein Zwergenschild. Ich will ja auch verkaufen. Muss ich hier lang? Äh, ne, hier, äh. Ach, nach da. Ganz weit unten okay. Okay. Irgendwie muss ich da hin. Autsch. Okay, die Richtung. So, da lang. Nee, das war falsch. Da hinten. Irgendwie. Okay, was ist hier jetzt wo, was mich angreifen will? Muss ich hier rein? Muss ich hier rein? Führt, äh, zu der Südwesttunnel. noch mehr knappen. Noch mehr knappen. So, wo muss ich jetzt? So, die Sowjet, äh, per Fernsteuerung. Okay. Komm. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich, wie lange muss ich da nach oben hin? Kann das sein, dass das hier jetzt, äh, unter dem Turm da von Uriel ist? Also, unter dem Kaiser-Turm-Palast? So, komm. Ähm. Womit hat er jetzt geblockt? So, jetzt muss man einen Weg finden. So, komm. So, müsste schon gleich da vorne irgendwie sein. Ich glaube, hier komm ich nicht weiter. Na, hier komm ich nicht weiter. Also doch, den ganzen Weg wieder zurück und dann darum. So, Magie reicht wieder mal nichts aus. Per Fernsteuerung. Lass mich raten, ich musste da hinten das Ding hier aufmachen. Ich muss da hinten aufmachen. Uh... Oh, da warte mal. Wo wird das... Ah, okay, das wird da unten rum, aber ist auch da eine Sackasse. Hier ist auch kein Schalter oder sowas. So. Oh, ja, dann geht das. Nehmen wir mit. Ich glaube, das war das. So, jetzt ist die Frage, wie lange hält noch die Fackel aus? Ja, jetzt ist er hinten offen. Hey! So, die nächste Krabbe. Da unten durch? So, wie war das hier jetzt? Ah, okay. Amantius, Alektus, Keller. Warte mal, äh... Hier wird es wahrscheinlich irgendwo einen Schlüssel geben. Kein Schlüssel? Wie soll ich das denn bitte sonst schaffen, ähm... Wenn es hier keinen Schlüssel gibt. Okay, dann muss ich hier jetzt sehr, sehr sparsam sein. So. Ach, leckt mich doch. Ach, leckt mich doch. Ja. Ja. Mist. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe keine Dietrichi mehr. Äh... Ach, ich muss da nicht durch. Ich muss... Ah, toll. Jetzt habe ich umsonst meine Dietrichi verbraucht. Ich kann das nicht durch. Komm. Komm. Wo hätten wir den nächsten Ausgang? Südwesttunnel, Südwesttunnel, hier muss es doch einen Ausgang geben. Warte, warte mal, kann ich so vielleicht schnell reisen? Von diesem Ort kann ich nicht schnell reisen, ja super. Da vorne hätten wir auch noch was. Da hätten wir einen Ausgang. Das heißt, ich muss jetzt einmal so rum. Ach komm, die sollen mich mal in Ruhe lassen. Fernsteuerung. Ich hoffe, ich komme da raus. Okay, ich bin draußen. So, die Fackel, würde ich sagen, brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich bin's, iMaxDeos und ciao. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020